Huntington Beach in Kalifornien, auch bekannt als Surf City. Ein Paradies für Surfer, egal ob mit zwei Beinen oder mit vieren. Zum dritten Mal empfängt der Pazifik-Strand im Süden von Los Angeles die Teilnehmer des jährlichen Surf-Dog-Wettbewerbs. Gesucht sind wellenreitende Hunde, die nicht nur mehr oder weniger freiwillig auf die Bretter steigen, sondern damit auch noch heil zurückkommen zum Strand. Das schafft allerdings längst nicht jeder. Einigen dagegen scheint das Surfen einfach im Blut zu liegen. Vielleicht ist es ja auch einfacher, auf vier Beinen das Gleichgewicht zu halten? Selbst die spektakulären Spins schaffen manche der Wettkämpfer. Tierisch. Die Zuschauer sind begeistert oder zumindest interessiert. Medaillen gibt es beim Surf City-Surf-Dog-Wettbewerb übrigens nicht nur für die besten Hunde, sondern einfach für alle Teilnehmer in den vier Gewichtsklassen. Und nicht zuletzt eine Portion Anerkennung von den Lieben. Alle werden dann zum Beispiel wiederholen Spins. Untertitelung des ZDF im Auftrag des ZDF im Auftrag des ZDF. déficit Chase. melon musst Prepare für die Beine. In der Mitte. Vertrauevolle mich weil das ganze Zeit nicht in der Nähe. Abschs指數-DF, die fkbir muss man v70erap Bowen 확인 verbotern, Jam martialeig stehe für den Anerkennung von Wettbewerbssauch irritiert. Bis zum nächsten Mal.